Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Toms Kellerschow. Und die steht ganz im Zeichen von Kleider machen Leute. Und die werden erfolgreich entworfen und gemacht von Dimitrios Panajotopoulos, dem Modedesigner aus Natur und mit griechischen Wurzeln. Also ich zahle keine Lena Gerke. Ich wollte kurz sagen, weil Lena Gerke hat erst kürzlich was gepostet. Sie hat ein Bikini angehabt. Sie braucht Kleider, um in die unterschiedlichen Rollen zu schlüpfen. Petra Rorecker, die junge Ponecker-Schauspielerin, ist nach einer weiten Reise wieder zu Hause angekommen. Schlussendlich bin ich zum Punkt gekommen, ich will das einfach für mich versuchen. Und dann habe ich eben alles gekündigt und an einer Theaterschule gesucht. Er versetzt sein Publikum mit seiner Musik in eine andere Zeit. Natürlich auch mit den passenden Kleidern. Der Rock'n'Roller William T. Da war ich vielmehr gesagt, hoi Elvis, hoi Elvis. Ich bin nur William, oder? Toms Kellerschow, Freitag 20.30 Uhr, Reitz, Südtirol.